Bhagavad-Gita, Vers 4.7 Yada yada hidarmasya klanir bhavati bharata Wann immer und wo immer das religiöse Leben verfällt und Irreligiösität überhand nimmt, o Nachkomme Bharatas, zu der Zeit erscheine ich. Erklärung Das Wort Shrijami ist hier von Bedeutung. Shrijami kann in diesem Zusammenhang nicht im Sinne von Schöpfung verstanden werden, denn nach der Aussage des vorherigen Verses wird die Gestalt, das heißt der Körper des Herrn, niemals erschaffen, da all seine Formen ewiglich existieren. Daher bedeutet Shrijami, dass sich der Herr manifestiert, wie er ist. Obwohl der Herr nach Plan erscheint, nämlich am Ende des Dvapara-Yuga im 28. Zeitalter des 8. Manu an einem Tag Brahmas, ist er dennoch nicht verpflichtet, solche Regeln und Regulierungen einzuhalten, denn es steht ihm völlig frei, nach seinem Willen zu handeln. Er erscheint daher nach seinem Willen immer dann, wenn Irreligiösität zunimmt und wirkliche Religion verfällt. Die Prinzipien der Religion sind in den Veden festgelegt und jede Abweichung von der richtigen Ausführung der vedischen Regeln macht einen Menschen irreligiös. Im Bhagavatam wird erklärt, dass solche Prinzipien die Gesetze des Herrn sind. Allein der Herr kann eine Religion schaffen. Es wird ebenfalls anerkannt, dass der Herr die Veden ursprünglich Brahma durch dessen Herz offenbarte. Deshalb sind die Prinzipien des Dharma, der Religion, die direkten Anweisungen des höchsten persönlichen Gottes, Dharmam, Tu, Sakshat, Bhagavat, Pranitam. Auf diese Prinzipien wird überall in der Bhagavad-Gita hingewiesen. Es ist das Ziel der Veden, nach den Anweisungen des Herrn solche Prinzipien festzulegen. Und der Herr erklärt am Schluss der Gita, dass das höchste Prinzip der Religion darin besteht, sich ihm allein hinzugeben. Die vedischen Prinzipien führen einen Menschen bis an den Punkt, an dem er bereit ist, sich dem höchsten Herrn völlig hinzugeben. Und immer wenn diese Prinzipien von dämonischen Menschen gestört werden, erscheint der Herr. Aus dem Bhagavatam erfahren wir, dass Buddha eine Inkarnation Krishnas ist, die erschien, als der Materialismus überhand nahm, und die Materialisten, die Autorität der Veden zum Vorwand nahmen, unschuldige Tiere zu schlachten. Obwohl es in den Veden gewisse einschränkende Regeln und Regulierungen gibt, die sich auf Tieropfer beziehen, die für ganz bestimmte Zwecke durchgeführt werden, brachten die Dämonen dennoch diese Tieropfer dar, ohne sich nach den vedischen Prinzipien zu richten. Buddha erschien daher, um diesem Unsinn ein Ende zu bereiten und die vedischen Prinzipien der Gewaltlosigkeit einzuführen. Jeder einzelne Avatara, Inkarnation des Herrn, hat also eine bestimmte Aufgabe, und sie alle werden in den offenbarten Schriften beschrieben. Niemand sollte als Avatare akzeptiert werden, wenn er nicht in den Schriften erwähnt wird. Es ist nicht wahr, dass der Herr nur in Indien erscheint. Er kann überall und zu jeder Zeit erscheinen. In jeder Inkarnation offenbart er so viel über Religion, wie es von ganz bestimmten Menschen unter ganz bestimmten Umständen verstanden werden kann. Aber die Aufgabe ist immer die gleiche. Sie besteht darin, die Menschen zum Gottesbewusstsein und zum Gehorsam gegenüber den Prinzipien der Religion zu führen. Manchmal steigt der Herr persönlich herab, und manchmal sendet er seinen echten Repräsentanten in der Form seines Sohnes oder Dieners, und manchmal erscheint er selbst in einer verkleideten Form. Die Prinzipien der Bhagavad-Gita wurden Arjuna und damit auch anderen hochstehenden Menschen verkündet, weil Arjuna im Vergleich zu gewöhnlichen Menschen in anderen Teilen der Welt sehr weit fortgeschritten war. Dass 2 und 2 gleich 4 ist, ist ein mathematisches Prinzip, das sowohl beim einfachen Rechnen als auch in der höheren Atrimetik gilt. Dennoch gibt es höhere und niedere Mathematik. Alle Inkarnationen des Herrn lehren deshalb die gleichen Prinzipien. Doch den verschiedenen Umständen entsprechend erscheinen ihre Lehren auf einer höheren oder niederen Ebene. Wie später noch erklärt wird, beginnen die höheren Prinzipien der Religion, wenn man die vier Unterteilungen und Stufen des sozialen Lebens akzeptiert. Die einzige Aufgabe einer Inkarnation besteht darin, überall Krishna-Bewusstsein zu wecken. Dass dieses Bewusstsein einmal sichtbar und ein anderes Mal nicht sichtbar ist, liegt allein an den jeweiligen Umständen.